In diesem Video geht es heute um das Runden von natürlichen Zahlen. Beim Runden von natürlichen Zahlen wird eine bekannte Zahl gerundet auf einen Näherungswert, die gerundete Zahl. In blau siehst du hier die genaue Zahl, 8527. Danach folgt das Rundungszeichen und dann der Näherungswert, also die gerundete Zahl. In diesem Beispiel haben wir also 8527 gerundet auf 8530. Nun möchte ich dir zeigen, wie das Runden genau funktioniert. Zuerst einmal ist es wichtig, dass du die einzelnen Stellenwerte der Zahlen beachtest. In diesem Fall wird an der 10er Stelle gerundet, hier nun rot markiert. Man sagt also, es wurde gerundet auf 10er. Anhand von diesem Beispiel möchte ich dir nun zeigen, wie man richtig rundet. Wir sollen hier die Zahl 5321 auf Hunderter runden. Als erstes suchen wir uns nun also die Hunderterstelle. Bei 5321 ist die Hunderterstelle 3. Diese Hunderterstelle, also die Stelle, auf die gerundet werden soll, unterstreichst du dir nun. Damit du nun weißt, ob du aufrunden oder abrunden sollst, musst du jetzt die Zahl rechts von der Hunderterstelle beachten, also rechts von deiner unterstrichenen Zahl. In unserem Fall steht hier die Ziffer 2. 2 bedeutet jetzt, dass abgerundet werden muss. Denn bei den Ziffern 0, 1, 2, 3 und 4 wird immer abgerundet. Bei 5, 6, 7, 8 und 9 wird aufgerundet. Nun können wir diese Zahl also nun runden. Wenn wir abrunden, erhalten wir hier nun also 5300. Anhand dieser drei Beispiele werden wir das Runden nun noch üben. Wir starten mit der ersten Aufgabe. 524 soll auf die Zehnerstelle gerundet werden. Wir unterstreichen uns also unsere Zehnerstelle, in diesem Fall 2, und müssen nun die Ziffer rechts daneben beachten, in diesem Fall 4. Bei 4 wird abgerundet, unser Näherungswert, die gerundete Zahl, lautet also 520. Bei der nächsten Aufgabe soll auf Tausender gerundet werden. Wir unterstreichen uns nun also wieder die Tausenderstelle, in diesem Fall 8, beachten dann wieder die Ziffer rechts daneben, das wäre 7, und wir wissen nun, wir müssen aufrunden. Wir erhalten nun also einen Näherungswert von 9000. Nun noch ein letztes Beispiel. 7979, und wir sollen hier auf Hunderter runden. Wir unterstreichen uns wieder unsere Hunderterstelle, beachten die Zahl rechts daneben, das ist 7, und wir können nun aufrunden. Hier musst du nun allerdings aufpassen. Wenn du nämlich aufrundest, dann wird aus dem 9er ein 10er, und wir erhalten als gerundetes Ergebnis 8000. Nun bist du ja ein richtiger Experte, was das Runden von natürlichen Zahlen betrifft. Auf dieser Seite möchte ich dir nun zeigen, dass du nicht jede Zahl runden kannst, da ansonsten der Näherungswert keinen Sinn ergeben würde. Bist du beispielsweise 11 Jahre alt, würdest du dein Alter auch nicht abrunden, zum Beispiel auf 10 Jahre. Eine Reisepassnummer muss immer eindeutig sein, diese darfst du also auch nicht runden und somit verändern. Wenn du eine Schuhgröße von 36 hast, würdest du diese Schuhgröße auch nicht auf 40 aufrunden, da dir ansonsten der Schuh nicht passen würde. Besuchst du das Fußballstadion und es sind 18.859 Zuschauer zu Gast, kannst du diesen Wert natürlich aufrunden, zum Beispiel auf 19.000 Zuschauer. Trägt ein Sportler auf seinem Trikot die Nummer 7, darf diese Nummer natürlich nicht gerundet werden. Ebenso darfst du auch deine Telefonnummer nicht runden, wenn du sie an einen Freund oder an eine Freundin weitergibst. Wenn ein Auto 1523 Kilogramm wiegt, kannst du diese Zahl natürlich runden, zum Beispiel auf 1500 Kilogramm. Und wenn du die Höhe eines Berges angibst, zum Beispiel 2389 Meter, kannst du auch diese Höhe runden, zum Beispiel auf 2400 Meter. Diesen Hefteintrag zum Runden von natürlichen Zahlen schreibst du bitte in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog Mathematik Rocks und ich freue mich auf die nächste Mathematikstunde. damit du eine gute Zeit hast du in dein Schulübungsheft. Ich freue mich auf die Haltung. Ich freue mich auf die Haltung. Vielen Dank.